Moin! Hier wollen wir den Gesamtwiderstand einer Schaltung berechnen und dafür müssen wir die Sterndreieckumwandlung durchführen. Wir haben hier diese Schaltung gegeben und wir möchten den Gesamtwiderstand zwischen den Klemmen A und B berechnen. Allerdings haben wir jetzt hier das Problem, dass wir keine Widerstände haben, die in Reihe geschaltet sind und auch keine Widerstände, die parallel geschaltet sind. Da ist immer irgendwie was dazwischen. Was wir aber in dieser Schaltung haben, ist eine Dreieckschaltung. Und diese Dreieckschaltung können wir jetzt umwandeln in eine Sternschaltung, die sich ganz genauso verhält wie die Dreieckschaltung. Da die Widerstände in unserem Originalnetz alle den Wert r haben, ist das ein symmetrisches Dreieck. Und das bedeutet, wir bekommen auch einen symmetrischen Stern, wo die drei Widerstandswerte jeweils die Werte r Drittel haben. Gut, und jetzt ist es ganz einfach, den Gesamtwiderstand zu berechnen. Jetzt haben wir nämlich zwei Widerstände, die in Reihe geschaltet sind. Und unten haben wir auch zwei Widerstände, die in Reihe geschaltet sind. Und dann können wir also die Schaltung auch so darstellen. Und sehen, jetzt haben wir dort zwei Widerstände, die parallel geschaltet sind. Die sind auch noch beide gleich groß. Das macht es leicht, den Gesamtwiderstand von den beiden zu berechnen. Ja, und jetzt haben wir noch zwei Widerstände in Reihe, nämlich diesen 2 Drittel r und den r Drittel Widerstand. Und das macht dann insgesamt den Widerstand r. Also unsere Schaltung, die aus fünf verschiedenen Widerständen r besteht, hat insgesamt auch nur den Widerstand r. Das macht es leicht, den Widerstand zu berechnen.